Ja, ich habe gebeten, dass die Bläser, die hier hinten sitzen, dass die sich dann also bitte auf die andere Seite machen, sonst sind die mit der Posaune immer am Stupsen, wenn die Predigt so lang wird. Das ist dann nicht so schön. Passend zu diesem wunderschönen Gottesdienst mit so viel Musik ein Lied aus den Psalmen, aus dem Liederbuch Israels, der Psalm 98. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil verkündigen vor den Völkern, macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzt dem Herrn, alle Welt, singt, rühmt und lobt. Lobet den Herrn mit Hafen, mit Hafen und mit Seitenspiel, mit Trompeten und Posaunen, jauchzt vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Was für ein Lied? Ein Lied, das um die Welt geht, heißt es heute als Überschrift, aber kein Allerweltslied. Wer sich mit seiner Gesundheit ein wenig beschäftigt, der weiß, es gibt neben den berühmten Vitaminen, die für unsere Gesundheit wichtig ist, noch eine zweite Kategorie von Dingen, auf die man achten sollte, dass sie in einem guten Haushalt sind und das sind die Mineralstoffe. Wer Mineralstoffmangel hat, der spürt das irgendwann sehr deutlich. Mineralstoffe sind zum Beispiel Eisen und Calcium und Kalium und Magnesium und Natrium und Zink und Jod und Kupfer und auch Phosphor und Schwefel, Chrom und Mangan. All das ist in uns drin und muss in der richtigen Menge auch in uns drin sein. Und wenn es da einen Mangel gibt, dann ist das für unseren Körper etwas, wo er mit Alarmzeichen drauf reagiert. Ausgehend von dieser Wahrheit habe ich einmal eine Mineralstoffanalyse für die Kleingruppen in den Gemeinden entwickelt. Was müssen denn da eigentlich für Mineralstoffe sein, damit die nicht krank werden und damit die nicht Mangelerscheinungen signalisieren? Unsere Frauenkreise, unsere Hauskreise, unsere Bibelstundengruppen und Kleingruppen, wie wir sie sonst auch haben, Jugendkreis und ähnliches. Es kommt mir jetzt nicht auf die Zahl und Menge an, sondern auf das, dass es eben ein Teil der Gemeinde ist, der sich da zusammenfindet. Meine Mineralstoffe sind, was sein muss, essentiell wichtig für diese Gruppen ist. Miteinander Bibel lesen, miteinander ein offenes Gespräch führen, miteinander und füreinander beten, miteinander singen, miteinander essen, miteinander lachen, offen sein für neue Personen und sich miteinander einer Not zuwenden und ein Zeichen des Reiches Gottes setzen. Acht essentielle, wesentliche Mineralstoffe für jede Kleingruppe. Meine These, auf die Überprüfung dieser These lasse ich es gerne ankommen und ich gehe gerne ins Gespräch. Der Mangel an einem dieser Mineralstoffe kann eine gewisse Zeit unentdeckt bleiben und auch ohne deutliche Konsequenzen, führt aber immer auch auf Dauer zu Schäden in der Kleingruppe. Der dauerhafte Mangel von zwei dieser Mineralstoffen führt deutlich zu Schwächungen und zu Ermüdungen in den Kleingruppen. Der dauerhafte Mangel von drei Mineralstoffen führt zu ernsten Erkrankungen. Und der dauerhafte Mangel an vier Mineralstoffen leitet in der Regel das Sterben der Kleingruppe ein. Das ist eine gewagte These. Es gibt Gruppen, in denen wird nicht gegessen. Es gibt Gruppen, in denen wird nicht gesungen. Es gibt Gruppen, in denen wird nicht mehr die Bibel gelesen. Es gibt Gruppen, in denen wird das Gebet nicht mehr praktiziert, des Miteinanders und Füreinanderbetens. Es gibt unterschiedliche Mangelerscheinungen. Und jetzt bin ich sogar so frech und sage, lass uns das mal weiterdenken, nicht nur auf die Kleingruppe, sondern auf die Gemeinde als Ganze. Wenn meine These richtig ist, dann ist das Singen nicht ein nice to have, wie man so schön englisch-deutsch sagt, etwas, was man haben kann, aber nicht unbedingt haben muss. Nicht das Sahnehäubchen, das irgendwie noch draufgesetzt wird, sondern dann ist Singen etwas Essentielles, etwas Lebenswichtiges. Auf das man nicht ohne Konsequenzen verzichtet. Der große Evangelist und Erweckungsprediger Moody, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewirkt hat und viele, viele Menschen zu Christus geführt hat, hat einmal im Hinblick auf die Musik ein Statement abgegeben, das es in sich hat. Wenn ihr Gesang habt, sagt er, der die Herzen erreicht, wird er die Kirche jederzeit füllen. Musik und Lied haben nicht nur alle schriftgemäßen Erweckungen begleitet, sondern sind auch grundlegend wichtig für die Vertiefung des geistlichen Lebens. Der Gesang bringt den Menschen Gottes Wort mindestens so wirkungsvoll nahe, wie die Predigt. Man stelle sich das vor, das war ein Prediger. Das war einer, der viele, viele tausend Menschen erreicht hat mit seiner Predigt und viele zum Glauben geführt hat. Und der sagt das sehr bescheiden und sehr demütig im Hinblick auf den Gesang und auf die Lieder. Ich kenne alle, die das bestreiten. Gesang ist eigentlich nicht so wichtig, können wir eigentlich lassen, ist eigentlich noch so eine Durchgangsstation. Das Einzige, was zählt, ist die Predigt. Das Einzige ist das Wort. Ja, das Einzige ist das Wort. Und das Wort sagt etwas vollkommen anderes. Ich höre schon den anderen Einwand, der sagt, na gut, vielleicht war der Moody so ein musikalisch begabter Mensch. Der hatte einen Spaß an Musik. Den hat das gefreut, wenn die Töne da klingen. Und ich bin vollkommen unmusikalisch. Und weil ich unmusikalisch bin, ist mir das eigentlich Schnuppe, ob gesungen wird oder nicht gesungen wird. Heißt das, wenn wir als unmusikalische Christen zusammenkommen, können wir das Gesangbuch weglegen. Brauchen wir keine Lieder mehr. Wären wir alle unmusikalisch, könnten wir das Singen einstellen. Können wir es abschaffen. Wer den Psalm 98 ernst nimmt, der übrigens ganz eng zusammenklingt mit dem Psalm 96, man kann die beide parallel lesen, der kann sich die Antwort auf die Frage, ob man das Gesangbuch abschaffen kann, selber geben. Beide Psalmen fordern jeden, der sie liest, ganz unmissverständlich zum Singen auf. Singt dem Herrn. Und die Adressaten ist interessant. Das gilt für das ganze Volk Gottes. Für die musikalischen und für die unmusikalischen. Eigentlich viel zu wenig. Das gilt für alle Völker dieser Erde. Für alle Menschen. Eigentlich noch viel zu wenig. Das gilt für alle Kreaturen bis hin zu den Meeren, den Bergen und den Bäumen. Es gibt da ein neues Lied, das die alten Lieder zwar aufnimmt, aber ihnen einen neuen Klang verleiht. Ich meine damit nicht neue Rhythmen und neue Instrumente. Die Lieder, die finde ich, sind manchmal auch wichtig und auch dran, sondern es geht darum, dass es die Lieder gibt des alten Bundes. Mit diesen Liedern bewahrte das Volk Israel seine Geschichte auf und vor allen Dingen immer wieder die wunderbaren Eingriffe des lebendigen Gottes in die Geschichte, in seine Geschichte. Und mit diesen Liedern unterschied sich Israel zu allen anderen Völkern. Und mit diesen Liedern haben sie eine Tradition gebildet. Sie gaben das weiter an die nächste Generation. Die alten Lieder besingen Situationen und Ereignisse der nationalen Geschichte Israels. Da gab es Vertreibungen und wieder Rückkehr. Jetzt kommt Wind und da geht die Tür auf. Das ist gut. Der gute Spurgeon hat gesagt, dass wir den Sauerstoff brauchen, nebst dem Heiligen Geist, für jede Predigt. Und er hatte Recht gehabt damit. Die alten Lieder besingen die nationalen Situationen Israels und sie besingen die persönlichen Situationen der Repräsentanten Israels, seien es die Könige oder seien es irgendwelche Volksverantwortlichen. Das neue Lied verkündigt einen neuen Bund. Das neue Lied lädt Menschen aus allen Sprachen, aus allen Nationen, aus allen Völkern ein, mitzusingen. Das neue Lied richtet sich an die ganze Welt. Das neue Lied singt von einem wunderbaren Ereignis, in dem das ewige Heil in die ganze Welt eingedrungen ist. Für die ganze Welt, für eine unheile Welt ist das Heil in diese Welt gekommen. Das neue Lied wurzelt in dem Kreuz und in der Auferstehung Jesu Christi. Und wem klar geworden ist, dass das Kreuz Jesu Christi für die ganze Welt der Schlusspunkt hinter die Macht der Sünde und des Todes ist. Wem klar geworden ist, dass die Auferstehung Jesu Christi die Zukunftsansage für die ganze Welt ist, der fängt an, das neue Lied zu singen. Aber er ist der. Es ist das Lied der Gewissheit des ewigen Lebens. Einer gewissen Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. In welcher die Sünde und der Tod, mit welcher Spielart auch immer, keinen Platz mehr haben werden. Auf keiner Ebene mehr. Weder auf der Ebene der Kreaturen, noch auf der Ebene der Völker, noch auf der Ebene der Zwischenvölker und zwischenmenschlichen Beziehungen. Dieses Lied ist also komponiert worden zu Ostern. Und es ist 50 Tage später auf seine Reise durch die Welt geschickt worden. 50 Tage später zu Pfingsten hieß es, ein Lied geht um die Welt. Wie heißt es hier im Psalm? Der Herr lässt sein Heil kund werden. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Jetzt geht die Botschaft von Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes durch die Welt, durch die Völker, durch die Erdteile. Durch den Heiligen Geist werden nun Menschen aus allen Völkern zum Volk Gottes gemacht. Die, die nicht sein Volk waren, werden nun sein Volk. Und die singen dann auch noch die alten Lobgesänge Israels, so wie wir es getan haben. Befiehl du deine Wege, du meine Güte, das ist nicht Paul Gerhard, das ist Bibel. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Das stammt aus dem Gesangbuch Israels. Wir singen also auch weltweit die alten Lobgesänge Israels, aber wir singen sie neu. Im Glauben an Jesus, im Glauben an Jesus Christus hat sich die Tonart verändert. Und das ist eine Veränderung, die viel stärker ist als zwischen Moll und Dur. Eine neue Tonart ist angestimmt. Und wir singen das Lied, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Von Jesus her neu. Wir singen die Psalmen von vorne bis hinten, die 150, von Jesus her neu. Gott will, dass dieses neue Lied um die Welt geht. Und dass sowas ist, wie in so einem Musikwochenende bedeutet, ja, das will Gott. Er möchte immer wieder neue Menschen zum Mitsingen einladen und bewegen. Tatsächlich. Wir machen das nicht hier, um hier kulturelle Veranstaltungen zu pflegen. Vielleicht ist jetzt ja jemand hier drin und sagt sich, oh, das machen wir schön, die Musik, die machen das aber toll und die haben so schön geübt. Und der Chor, der hat sich so reingehängt und das ist alles wunderschön. Verstehst du? Dieses machen wir nicht, um zu zeigen, wie schön wir Musik machen können, sondern es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung, sich diesem Herrn Jesus Christus anzuvertrauen und mitzusingen. Nächstes Mal vielleicht mitzuspielen oder mitzusingen, aber nicht nur, weil man ein Instrument beherrscht oder weil man seine Stimme bewegen kann, sondern weil man das auch glaubt. Weil man das auch bekennt. Weil man auch mit dazugehört. Dieses Lied geht um die Welt. Es ist ein Lied für die ganze Welt, aber es ist kein billiges Allerweltslied. Das ist es eben nicht. Ich sage es deutlich. Dieses Lied kann nicht irgendwo anders entstanden sein, als nur dort, wo es entstanden ist, nämlich in Israel. Nur dort. Es hat seinen Ausgang genommen in Jerusalem. Und dieses Lied singt auch nicht von irgendeinem Welterlöser, wo man sagen kann, da können die Namen wechseln. Je nach Kulturkreis und je nach Erdteil, wo man ist, werden dann einfach nur die Namen ausgetauscht und jeder hat so seinen Welterlöser. Er ist der Messias, der Heiland der Juden. Und durch den Heiligen Geist sammelt sich Gott jetzt seine Gemeinde aus allen Sprachen, Nationen und Völkern. Und die singen dieses neue Lied, was das Lied des Lammes ist, so sagt es das letzte Buch der Bibel. Dieses Lied des Lammes ist das Lied von dem, der als Einziger auf der ganzen Welt in der überirdischen und auch in der dämonischen Wirklichkeit, in dem Bereich der Mächte und der Gewalten und aller Menschen, die jemals gelebt haben und jemals leben werden, der Einzige ist, der das Buch nehmen kann, in dem der Heilsplan Gottes aufgeschrieben ist. Im fünften Kapitel des letzten Buches der Bibel heißt es, sie sangen ein neues Lied. Da ist es das neue Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch, und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Das ist das neue Lied. Das neue Lied, das angestimmt wird von einem, der sein Leben hingibt. Nicht einer, der viele andere in den Tod reißt. Nicht einer, der das Blut von vielen anderen vergießt, sondern der sein Blut vergießt. Und eins ist klar, die Ströme von Blut, die wir im Moment erleben und auch noch weiter erleben werden, werden nicht aufhören, wenn nicht die Hinwendung erfolgt zu dem, der sein Blut gegeben hat für uns. Das ist ohne Blut nicht zu haben, das Heil. Das ist die negative Seite, die wir im Moment erleben. Tatsächlich nicht. Aber nicht das Blut, das Menschen von Menschen vergießen, sondern das der Sohn des lebendigen Gottes für die ganze Welt vergossen hat. Aber gerade das Schlimme ist, das Ursprungsvolk fehlt noch im Chor. Das ist, als wenn eine Stimme ausfällt. Fällt eine Stimme. Die ist noch nicht da. Es sind noch sehr wenige, die aus den Juden heraus Jesus als den Messias bekennen. Und jetzt sagt uns die Bibel in der Zeit der äußersten Bedrohung dieses Volkes, wenn es in der äußersten Bedrohung ist, wird es noch einmal zu Jesus schreien. ihn anrufen als Retter und er wird sich diesem Volk zuwenden. Er wird noch einmal rettend eingreifen und sich als Heiland und Herr erweisen. Versteht ihr, das neue Lied hat angefangen mit dem Kreuz und der Auferstehung Jesu Christi in Jerusalem und es ist durch die Welt gegangen und sammelt auf der ganzen Welt Mitsänger überall, aus allen Völkern und allen Kulturen. Aber es endet am Ende wieder in Jerusalem. Da kommt es wieder an und dann wird ein ganzes Volk mit einstimmen. Ein ganzes Volk wird auf einmal Teil des Chores werden und das wird einen Klang ergeben, bei dem die Kreatur nicht stehen bleiben kann. Die Kreatur wird sich verändern. Die Kreatur muss sich verändern. Es gibt ja einen deutschen Dichter, der ein wunderschönes kleines Gedicht geschrieben hat, Josef von Eichendorff. Ein wunderschönes Gedicht. Ganz kurz. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen. Triffst du nur das Zauberwort. Das Zauberwort, das das Lied, das in allen Dingen schläft, rausruft, ist ein Name. Er ist unser Herr Jesus Christus und ist sein vollmächtiger Ruf, siehe, ich mache alles neu. Das ist das Zauberwort. Siehe, ich mache alles neu. Und was passiert dann? Dann sinkt plötzlich der Himmel und die Erde stimmt fröhlich mit ein. Und das Meer braust als Rhythmusinstrument gewaltigen Ausmaßes. Und was im Meer ist, das blubbert im Takt. und die Ströme klatschend in die Hände und das Feld und alles, was darauf ist, sinkt und pfeift und zwitschert fröhlich. Und die Berge schallen munter wieder und die Bäume und die Bäume im Wald jauchzen vor dem Herrn. Und einer ruft dem anderen zu, sing mit mir ein Halleluja. Sing mit mir ein Dankeschön. Denn im Danken da liegt Segen und im Danken preis ich ihn. Wir beten miteinander. Wir danken dir, himmlischer Vater, für diese alten Lieder, die doch ganz neu klingen. Und für ihre Aufforderung singet dem Herrn und singet dem Herrn ein neues Lied. ein Lied, das um die Welt geht, ein Lied, das von Jesus singt, ein Lied, das Menschen einlädt, sich diesem Herrn, der sein Blut vergossen hat, für uns anzuvertrauen und Frieden zu finden. Frieden mit Gott, Frieden mit sich selbst und Frieden untereinander. Herr, wir bitten dich, dass wir dieses Lied singen und dass es uns immer wieder auch zum Frieden hinführt, Völkergrenzen übersteigt, Nationalitätsgrenzen übersteigt. Herr, ich bitte dich, dass Menschen, die jetzt vielleicht durch ihre Verantwortlichen in Auseinandersetzung und in kriegerische Auseinandersetzung getrieben wurden, zurückfinden zu dir und in dir zum Frieden, der ewig ist. Lieber Vater, du hast ein großes Ziel mit dieser Welt und dein Sohn hat uns beten gelehrt, dass wir dieses Ziel in den Blick nehmen und deine großen Anliegen auch zu unserer Sache machen. Und so wollen wir dich anrufen und beten, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ich es richtig weiß und richtig sehe, dürfen wir uns auf ein drittes Chorlied freuen. Ich bin der auch im dem der Dich und der Dich